In einem leeren Haselstrauch sitzen drei Spatzen, Bauch am Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin die kleine Leni. Die haben die Augen zu, ganz zu. Und oben schneit's, hu. Die Kuschel dicht, ganz dicht. So warm wie der Hans hat's keiner nicht. Sie hörten ihr Herzlein gepauch. Und wenn sie nicht weg sind, sitzen sie heute.